Ich bin Max Lettenthaler und befinde mich mal wieder hier direkt auf der Eisfläche heute am Freitagabend bei der Eisdistro. Und heute haben wir auch die Sparkasse Feuchtstar mit der mobilen Espresso Bar. Es gibt heute heißen Kakao, heißen Kaffee, Cappuccino und Espresso. Ziemlich coole Sache. Außerdem heute, wie gesagt, Eisdistro. Und da zeigen wir euch jetzt mal ein paar Einblicke. Bis zum nächsten Mal.